Der war ja richtig happy. Ja. So, Sven, das Spiel lässt mich wahrscheinlich nicht rein. Ja, gut. Kannst du ja dann beim nächsten Mal mitmachen. Also, wenn das jetzt nicht klappen würde. Weil wir kennen den Bug auch sehr gut und dann haben wir letztes Mal auch teilweise Overwatch gespielt, weil es einfach keine andere Möglichkeit gab, was Gescheites, was anderes zu machen. Ach, so viele wollen Heiler spielen. Was ist da los? Legs. Legs. Du könntest... Wobei, du könntest theoretisch Heiler bleiben, wenn wir alles... Five here. Ja, gut, wir haben schon... Wir haben schon einen Krähen, Mann. Ist doch gut. Ja, aber fünf Heiler gleichzeitig wäre schon ein bisschen lustig. Aber Lagom, klappt das? Kann das klappen? Man kann's ja probieren. Let's do those few shoes, choose here, let's go! Here go, Burr! Ich hab kein Problem damit. Let's go, here go, Burr! Ey! Ey, nein, der darf das nicht. No! Five here! Der muss Erziel nehmen! Kein Wenn und Aber! Ach, der Viacid ist Rogos-Mail. Ja, cool. Nice. Rogos finde ich auch ganz lustig. Ja, da hängt noch ein bisschen tatsächlich der Wert hin. Ja, mach da nix draus. Guck uns beim Versagen zu. Beziehungsweise, ja, fünf Healer-Team, wer weiß. Mhm. Ich find's auch irgendwie ein bisschen interessant, wie die aufgestellt sind. Also, die müssen im Prinzip auch... Wenn man so will, ein zweieinhalb Heal. Naja, mehr oder weniger. Ich hab tatsächlich meine Furia so gebaut, also ihr Deck, dass ich sie auch gut als Schaden spielen kann. Uh! Da müssen wir jetzt aber auch echt auf Anti-Heal spielen jetzt eigentlich fast schon, ne? Also, Ausbrenner muss sich jeder durchkaufen. Ja, das muss sich jeder durchkaufen. Das geht als allererstes auf jeden Fall. Das wird ja so oder so in der nächsten Season komplett ausgenommen. Machen wir Grover zu unserem Tank dann an der Stelle, oder was? Wir sind alle ein Tank. Ich mein, wir heilen uns alle gegenseitig. Das ist nicht falsch, tatsächlich, die Aussage, ja? Ich bleib' der Strahl bis zum Ende der Dauern. Und Schellen füge gegen den Punkt. Schaden zu. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie man bei Dings Emoji... B. 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 B wie Bose. B. Bui, Jermaine. Leider nay noch bei Overwatch. Leider haben wir ein bisschen zu viel Overwatch, das ist mal gezockt schon. Das ist... Das geht gar nicht. Oh, Moment... Ähm... Bundy Dab, du Dab, du Dab. Bui. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ja, wie gehört? Nein, das wollte ich auch nicht. Schaust du uns beim, beim, äh... No-Heal-Run zu und lach n bisschen drüber. 1,bye. 5,000, 1,2,3,2,1. Heal Go Burr! Ich heile, wir alle heilen! Wir alle heilen! Du heilst, ich heile, wir heilen! Wir alle heilen! Auch du wirst heilen! Einer von uns! Einer von uns! Wobei, die haben sogar zwei Healer! Ja, das sind schon zwei Healer, hallo! Ich hab meine Ult schon ready! Ja, ist doch gut! Ich hab meine auf 50%! Ja, dann komm, dann hol dich mal! Der Barry komplett verwirrt, er weiß nicht welchen Highlight er zuerst fokussen soll! Er hat die freie Wahl! Was mach ich nur? Diese Gag-Trop, diese komplett überfordert gerade, ey! Das ist ja das Ding! Welchen Healer fokuss ich jetzt? Mein Gott! Oh, hinter uns einer! Ach, das ändern wir! Joro, Joro, beschützt du mich! Die Knesser ist sogar egal! Mein Körper ist tot! Die kündig auch! Ach! Was geht ich denn? Was geht ich denn? Ich würde Moralschutz skillen! Ja, ich würde Ausbrenner auf jeden Fall machen! Also, ich bin Ausbrenner-Boy! Ich hab auch Ausbrenner! Also, der Raben-Mann und ich, wir machen gerade hier richtig schönes Ding, finde ich! Meinst du lieber, meinst du nicht Schlangen-Mann? Ich bin Schlangen-Mann, sorry! Es sind halt so viele Raben unterwegs hier! Es gibt tatsächlich einen Vogelscheichen-Skin von ihm und ich mag sein Voice-Acting! So, da sind unsere ganzen Healer wieder da! Und jetzt geht's weiter an der Stelle! Vorsicht! Ja, da drehen wir mal wieder vor! Ich ulte nochmal! Äh, von Nest-Ska! Oder ist einfach nur Ska? Ähm, was Server? Äh, Europe! Europe! We go Europe here, ladies and gentlemen! So, Ausbrenner kann ich jetzt voll machen, oder? Ne, leider nicht! Schade! Hätte aber auch schon sein können, so lange wie ich gelebt habe! Enemy-Killing-Spree! Enemy-Killing-Spree! 30 Sekunden remaining! Ich weiß nicht, irgendwie... Ami, Ami als, äh, als Sprecher für Paladins rockt irgendwie bei mir. Ich finde das Pinschappen. Oh, oh, oh! Wir sneaken uns vorbei, wir sneaken uns vorbei! Ich schleich mich da jetzt ran! Ja, ich komm dazu! Moment, 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 bin da! Oh mein, nein, nein, nein! Ich beleuchte, 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 beleuchte! Oh, Heilung! Hinter dir, hinter dir! Ja! So, wir da! Jetzt müsst ihr auf dem Punkt bleiben! Ja, bleiben wir auf dem Punkt! Moment, ich hole den Beric! So! Und Beric hat mich, glaub ich, gekillt. Ne, der Wagyu hat mich gekillt. Der Org mit dem Borg. Grog! 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 Grog!